Die Weltstadt des Wohnens, Möbelmaler Wir haben ständig mehr als 100.000 Einrichtungsstücke auf Lager. Mehr als 1.000 Mal im Monat sind unsere Montageteams unterwegs, um diese Möbel zu unseren Kunden zu bringen und sie vor Ort aufzubauen. Wir legen Wert auf professionelle Lieferungen und geschultes Personal. Damit Sie zufrieden sind. Wohin mit Ihren alten Möbeln? Kein Problem, wir nehmen Sie mit und kümmern uns um die Entsorgung oder führen Sie einem guten Zweck zu. Wir fahren einmal im Monat mit gebrauchten Polstermöbeln und Matratzen in unseren Second-Hand-Shop nach Rumänien und helfen mit dem Erlös Kindern vor Ort. Liebe Kundinnen und Kunden, Servicequalität steht für uns immer an allererster Stelle. Aber nobody is perfect. Sollte wiedererwarten doch etwas schief gehen oder ein Möbelstück nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so kontaktieren Sie uns bitte. Per Telefon, per E-Mail, gerne auch an mich persönlich. Wir finden schnellstmöglich eine Lösung für Sie. Die Welt statt des Wohnens Möbeln malen.